Ehre die Heiligen. Es gibt die Gottverwirklichten in allen Teilen der Welt. Es gibt die Selbstverwirklichten. Es gibt die großartigen spirituellen Lehrer. Es gibt diejenigen, die gezeigt haben, dass es möglich ist, eine Spiritualität zu leben, Gott zu erfahren. Indem du die großen Heiligen, die Guru, die Meister, die Meisterinnen erst, ihre Lebensbiografie liest, Fotos oder Bilddarstellungen von großen Heiligen an die Wand hängst, auf ein Altar stellst, dich davor verneigst, mit den Heiligen innerlich kommunizierst, spürst du ihre Gegenwart, bekommst du ihren Segen und das wird dich spirituell inspirieren. Egal ob Dattatreya, Shankara, Jesus, Buddha, Heilige Theresia und so weiter, alle sind große, entweder Heilige, Inkarnation, Manifestation Gottes. Wir brauchen ja keinen großen Unterschied zu machen. Alle Heiligen, alle großen Religionen lehren etwas ähnliches und durch das Einstimmen auf die Heiligen wirst du mit ihrer Kraft verbunden. Mensch lernt besonders gut vom Menschen und so ist es gut, sich mit großen Heiligen zu verbinden.